Moin von der Insel. Kaum ist der Syltlauf als traditionelles Großereignis erfolgreich abgeschlossen worden, erreicht Bewegungsfreunde auf Sylt eine traurige Nachricht. Der Megamarsch auf Sylt soll vorerst nicht weitergeführt werden. Sehr schade. Die Veranstaltung war gerade dabei, sich fest im Sylter Veranstaltungskalender zu etablieren. Der Veranstalter hat das Ende in einer Pressemitteilung bekannt gegeben. Wir sind uns bewusst, dass diese Entscheidung für einige von Euch zunächst enttäuschend ist, da der Megamarsch auf Sylt ein Highlight der vergangenen Jahre war. Doch aufgrund der besonderen Gegebenheiten vor Ort und der begrenzten Infrastruktur sind wir als Veranstalter auf eine umfangreichere Unterstützung von der Insel angewiesen als bei anderen Events. In den letzten Jahren und nach langen Gesprächen hat sich nun ergeben, dass der Megamarsch Sylt trotz Unterstützung durch die Sylt Marketing GmbH und die Insel Sylt Tourismus Service GmbH insgesamt nicht in der Form unterstützt wird, wie es notwendig wäre. So der Veranstalter.